recht herzlich willkommen zu einer neuen folge project zomboid und das ganze zusammen mit dem knolle spielt und tag und dem pausen klaus hallöchen von innen geht es auf komischerweise von außen nicht doch jetzt wieder haben wir aufgeschlossen ja wenn du so einmal auf machst geht es wahrscheinlich so sollen wir jetzt gucken dass wir nach da oben kommen oder nicht oder ja auch mal immer diesen weg wo bist du das hat mal jedes haus rein weil er zu mir schlägt auch wenn die türe ein und ist natürlich auch die tür ist auf okay dann immer die vorderung ich habe aber noch keine waffe gefunden ist ganz schön dunkel hier drin und kocht auf dem bring mal mit oder ja behältnisse sind sowieso gut weil irgendwann haben wir ja kein fließendes wasser mehr wo eine glühbirne deswegen sollten wir möglichst alles alles an behältnissen mit wasser füllen was wir kriegen können ja und wie heißt es so nach büchern gucken dass wir das lernen oder ja lagen schmerzpillen das ist gut ich gucke mal hier im gartenhäuschen ob da noch was ist die treppe hoch noch was sie ganz komisch zeitung ist das doch gut säge hammer was brauchen wir beides ja haben wir haben auch eine säge aber so grundsätzlich sind werkzeuge eigentlich die holzkohle muss ich hier lassen die wiegt acht kilo das ist zu schwer wo bist du ich bin oben im haus es wir hatten sind uns hier ist es momentan relativ ruhig na das ist auch gut so schmerzen habe ich okay ich muss mal glaube stofffetzen wieder benutzen hier ich habe mich durchs fenster klettern nämlich glaubt verletzt du musst vorher erst die scherben weg machen und verletze dich auch nicht mehr so wirst du dann hingegangen das gartenhäuschen hast gesagt ich stehe jetzt auf der straße oberhalb vom häuschen da muss ich aufs herzchen gehen oder was das ist hier warst du dran kleber kleber ist gut er habe ich nicht mitgenommen wo war der denn aber der war daneben okay dann habe ich da wieder pech gehabt was ist das jetzt hier gering für die verletzte hilfe benötigt die erste hilfe alles leicht bandagieren habe ich doch gemacht ich bin jetzt in das haus weiter oben links gegangen hast du hast du eine scherbe in der runde verdreckte bandage die entferne ich tiefe wunde glas scherbe da da müssen wir eine pinzette haben pinzette habe ich glücklicherweise schon gefunden haben kann so selber machen ja ich kann selber machen ich bin arzt und das hoffe ich soll ich vielleicht auch lieber oder sie zurzeit gut aus bandagiert moderate verletzung steht er jetzt aber noch der erste hilfe benötigt steht da immer noch komisch und ich bin schweiler anrufen bis in dem oberen haus reingegangen ja schachtel mit nägeln in die kronen da kommt ein zombie das nacht mehr er ist dunkel irgendwas was sie verkleben kann ja das so ich sortiere in derzeit mal ein bisschen alles hier ist eine gute idee ein bisschen ordnung haben so draußen rein vorne rein hinten raus und der zombie wir sind gleich im haus oder so ne das war ein guter an wo bist du denn jetzt knolle ich sehe dich nicht ich komme jetzt das maus und ich habe gesehen warum aus steht einer ich weiß also dann ich weiß nicht dass einer steht aber sie ist jetzt der kloppt einer vor der tür und da sind zwei vor der tür ok und ich bin also ich bin an der kreuzung hier du hast eine waffe ich nicht das heißt ihr macht euch aber auch den weg wieder oben jetzt die richtung gehen wir wir gucken nur dass wir halt und das ich war weglaufen ich kann mir aber dass wir was mitkriegen also du hast schmerzen ja ich muss gerade einen neuen ding ins bandage schon wieder machen ist aber schon wieder ok ich habe die zonnis aber da geht es bestimmt nur zum haus das nur die hauseinfahrt das heißt nach oben ist die straße eine große dann lass uns weiter hoch gehen das haus ist for sale die straße sieht doch gut aus wir müssen nur nach links und dann sind wir schon relativ gut in der nähe meine ich hatte mal dass man hier durch gehen glaube ich mal hier oben in den lasten ist noch nichts eingeschlagen oder doch da sind zum hauseinanders mit dass wir hier an dem bei einer besser vor allem dass nicht das hat man sich zu mir sagen gehen hier schon wieder verdreckte bandage das macht er jetzt auch mit das geht nicht ab oder was oder schießt einer und die laufen da alle hin das ist doch auch nicht schlecht gibt es in dem spiel auch andere überlebende ich glaube machte keine sorgen drum will auch nicht weg mpcs genau ich mach mal ein bisschen schneller ob wir denken wir haben geschossen ja die verfolgen jetzt sonst ich glaube wir müssen links und dann geht es rechts um ecke das ist richtig ich glaube ich weiß wo wir sind okay hallo nicht da hängen bleiben was ist passiert jetzt schreibt er hier auch noch der doofmann was ist da passiert super bin ich tot project zombo steht hier ich glaube wir sind hier richtig ich blute kannst du da weg knolle ja ich hab dich habe noch mal die zoll ist weg geschubst was bist du gestorben was nein ganz aber ich muss mich gleich schon wieder verbinden das ist blutend gekratzt mäßig und pass auf geht weiter bin bandagiert ich muss noch eine bandage sind jetzt bin ich außer atem ok ich komme euch auf jeden fall mal nicht entgegen das hilft ja keinem ich sortiere einfach mal in ruhe weiter macht das da unten ist eine ganze gruppe dürfen wir nicht lang oder also noch mehr super wir sind glaube ich gerade gefangen das ist die große straße da ist die große straße deswegen wir müssen hier lang kommst du dran vorbei ja irgendwas fallen lassen irgendwas schwer ist sieht gut aus eigentlich hier jetzt und ein ich bin in den bäumen um ob hier geht nach oben oder nach unten das ist aber nach oben ist es es muss man sein ja es muss noch hoch sein es kann aber eigentlich nicht mehr weit sein ich bin auf der poste der posthof irgendwas was total schwer ist ich frage mich was die dramatische musik mir gerade zu sagen hat okay dass ich jetzt gleich mit der Fall kaputt bin oder was obwohl ich bandagiert bin irgendwo muss gleich wo der Weg eigentlich reingehen weiter um ist wieder eine Gruppe Zombies okay wir müssen noch weiter hoch mhm oh oh bist du noch da Knolle ja bisschen weiter hinter dir okay wenn du die alle abhängst habe ich da nichts gegen ja ich laufe vor ich könnte jetzt einfach Zombie-Geräusche machen öööö ich bin auch einer von euch ja ein Buttermesser liegt da oh da hat wieder einer geschossen einer geschossen ne hier waren wir schon mal hier liegt vor uns glaube ich war es auf der Straße ist hier der Weg ne was liegt denn da rum kann ich ja gleich sehen ist das ein brett irgendwo muss gleich der weg hier links rein ist das steht hier den kopf kochtopf voll wasser machen sollen habe ich nicht das war eine teekasse voller wasser an der kochtopf ist nicht voll wasser wasser gibt es ja hier noch das ist nicht das problem warum kommen noch ein paar zombies okay das ist das hotel das auflöst voll durch die zombies da sind tausende jetzt shit die sind alle gefolgt glaube ich ok wenn ich jetzt so eine schrotflinte mit schalldämpfer haben könnte aber es komisch ja wir sind aber nicht ganz weit das war nicht ist noch in ordnung knolle ja so ein paar es nach links eigentlich hoch und dann der kollegende links aber nach links rein jetzt kommen wir jetzt aber jetzt gehen jetzt auf mich jetzt aber flott schaffst du vorbei ja ich bin aber außer atem schon okay und immer weiter geradeaus weil die zombies sind nicht so schnell so neu bandagiert habe ich mir auch einfach ein bisschen laufen wenn die bandage dreckig wird ist erstmal egal ob sie hängen die zombies ab dann kann man nicht mehr bandagieren so du bist noch da ja das ist ganz gut da es kann ja wieder alle rennen das gesehen okay ich glaube die zombies folgen uns immer noch weil die wissen schon so heftig nicht mehr wo wir sind und ja denke ich auch dass es gleich vorbei ist bist du sicher dass wir hier lang müssen ja jetzt gleich müssen wir nach rechts irgendwo anwalt da müsste man sagen warte laufen so schnell weg ich bin ja schon zweimal angegangen gucken wo sind die zombies wir sind weg ok ich suche mal gerade nach nahrung ich habe hier noch was ja ich bin auch noch da ist gar kein druck zwei let's play hier auf der straße liegt was zuerst ich habe auch nichts gefunden so wir nähern uns der viertel stunde ja wir sind auch wieder da müsste hier gleich irgendwo eingehen glaube ich ich weiß gar nicht wie weit das war aber es geht hier auf jeden fall gleich rein ich glaube davon bei der laterne in der nähe war das etwas gesättigt ein kurzer heilungs- und stärkeprozess da hier geht es rein hier geht es rein bist sicher ganz sicher so wann es ist ja muss man auch suchen und jetzt musst du aufpassen da steht dann ach wo gehst du da unten geht es nicht rein da ist aber irgendwie was zu ändern aber ok so hier drinnen steht glaube ich ein zombie da habe ich aber eben nicht angegriffen wenn wir jetzt rein gehen wo ist der wo gehst du rein auch da oben ist ein tor oder was ja und ihr müsst jetzt ein zombie stehen das doch steht da unten guckte stelle ganz allein ok den hau ich jetzt ein noch dass man warum ist nicht getroffen warum stammen und die kilo wie ich der baum stamm kristin kaputt nach wie ich von aus ja das nur holz ist ich weiß nicht wofür und schrottflinde gefunden haben man kann auch einen molotow cocktail herstellen kann man auch genau ich noch eine bandage oder sind sie alle dann jetzt ist es noch ein kleiner weg zum laufen da oben ist knolle ok auch gleich weiterer stopfhetzen sind dann gleich schon da aber ist gut man kann sich so langsam ein bisschen aus wenn man öfter stirbt positive effekte so wo ist pausen klaus noch ein bisschen müssen noch jetzt ich habe nicht gedacht dass es hier so groß ist das habe ich auch am anfang nicht gedacht ich habe gesagt er war bei den holzverlangen 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 ich so ja ich bin auch bei der holzverlangen firma und dann fällt mir mal so auf wie riesig das da ist ja das sind keine mehr gebäude oder was ja wir müssen weiter nach oben links ein bisschen aber hier gibt es mit einem container muss man raus suchen siehst du mehr so da oben ist ein zaun und dann nehmen wir noch vorbei dahinter ist das erst ist ein dixi-klo oder was ist so und dann machen wir noch mal erst mal dahin oder so kann sich die tür glaube ich öffnen ne kriege ich nicht zeigt bei mir auf jeden fall im ersten lutschern und ein mülleimer hält das ist mir gerade so ein déjà-vu die lutscher sind die schlecht die schmecken gut besser als zu verhungern muss man darüber so dass hier oben ist die einfahrt ok das ist nicht so eine gute idee habe ich festgestellt hier oben ist nur dran kommen direkt daneben machen so da ist es da mit dem hydranten kann man nichts machen gibt es kein was auch mit dem hydranten hohe anstrengung du kannst kaum rennen ach die tür ist offen alles klar wo ist pausenklaus ich weiß es glaube ich pausenklaus wo bist du ich bin in der wagenhalle hier okay wunderbar also ich habe ich habe aus den aus den ganzen kisten alles was mit wasser und nahrung zu tun hat in den kühlschrank gepackt okay super und hier die kiste hier oben in der ecke da sind alles klamotten stofffetzen okay dann gehe ich da mal hin weil da brauche ich bei der palette da oder was ja genau weil da brauche ich mich jetzt auf jeden fall stoff aber da ist die folge auch schon wieder rum ich nehme mal die hälfte von den stofffetzen weil ich glaube bei mir wird es etwas länger dauern so mehr sortieren war nicht möglich weil das ist echt zeitaufwendig das stimmt aber wir haben auf jeden fall genug materialien um um stofffetzen noch herzustellen hier liegen ja noch ein paar zombies ja wobei die duften alle leer sein okay doch alles klar dann würde ich sagen und ich war gar nicht dran doch doch ja dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen würden uns freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder einschalten würde bis dann